Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie in die Welt von Prinzessin Lillifee zu entführen. Welches kleine Mädchen träumt nicht einmal davon, Ballerina zu sein? Wir machen diesen Traum in Rosa Var. Prinzessin Lillifee verzaubert sie diese Saison als kleine Tänzerin. Neu gedacht, neu designt. Unsere trendigen Ballettstülpen im Schwan-Design mit Glitzerfaden, mit applizierter rosa Satin-Schleife und lustiger Pompon-Bordüre. Und was ganz ganz toll ist, ist unten die Tüllrüsche mit den kleinen Goldtupfen. Dies verzaubert die kleinen Mädchen im Ballettunterricht und sieht auch mega stylisch über einer Leggin aus. Eine Ballerina als Tasche. Welch verrückte Idee! Wir lieben es für kleine Mädchen solche Überraschungen zu zaubern. Das Gesicht ist hochwertig bestickt und der flauschige Körper besteht aus rosa Plüsch mit kleinen Goldtupfen besetzt. Seitlich gibt es noch einen goldenen Reißverschluss mit Sternchenanhänger. Passend zum Thema gibt es eine bezaubernde hochwertige Spieluhr, bedruckt mit einem Meer von Blumen und Konfetti. Vorne auf dem Deckel befindet sich eine wunderschöne Illustration der kleinen Ballerina. Zudem bietet die Box Platz für Schmuck, Haarspangen und andere kleine Kostbarkeiten. Ich bedanke mich bei Ihnen mit meinen kleinen Plüschfreunden Pupsi und Klara im lustigen Tütü für Ihr Interesse an unserer modernen Interpretation des klassischen Ballettthemas. Freuen Sie sich darauf! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020